Die Familie Gärten ist begrüßt. 255. Ich steige aus. Haben wir ins Geschäft? 55 Euro über der Expertise. Da fällt die Entscheidung leicht, oder? Haben wir zum Geschäft? Sehr gut. Kennenzutrieben? Doch nicht. 300, 250, 250, 250. Salvo! Salvo nein. Nein. Ganz normal. Nein! Ich habe ihn zwischendurch mal getragen, aber er hat mir nicht so gefallen, dass ich jetzt sagen möchte, ich hätte ihn gerne. Er kann gut weg jetzt. Vielleicht freut sich der andere. Ob der Schmuck sowohl echt als auch wertvoll ist, unsere Experten, wenn sie nach uns prüfen. Uiuiuiuiui, ich habe gesehen, du bist tief, richtig vertieft in die, ne? Ja, natürlich, das ist noch Bremer. Frau Bremer, ich bin der Klaus-Ding. Klaus und Christa Bremer, Familie Bremer, freut mich.